uns hat bei der Kuhn-Baracken Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Daisy Standalone mit mir vielleicht die Tuts und Blaze und als Kult ist wieder dabei und weiter geht die Action um Erfiehlt ist mir kommt vor allem schon hier gesagt ist Klinik die Barakke wo wir letzten sieben Kredit haben ist klar ich gehe in die große ich habe Tür aufgemacht und bin in der großen Baracke aber ich hab grad Schüsse gehört glaube ich oder? Oder war das glaubt man irgendwie die egal los weiter geht's weiter geht's hier ist ein 20er Meg für CC61 ok ich bin hinter den Hangars sonst läufst du davor lang ja extra für dich bin ich heute etwas groß gut nochmal schauen was diesmal passiert hier am Erfield Server war vorhin voll wo wir drauf gekommen sind 40 Leute ich mach noch schnell die Zeltstadt klieren wir jetzt kurz dann bin ich kurz auf K und dann komm ich hier naja dann dir ist schon klar dass das nicht so schnell vonstatten gehen wird ja warum die Zeltstadt als an die Sinten er Lerner und die Laufberein alle und dann auch da wird daraus stehen hinten bis gerade allein es geht einfach an nicht korrekt von mir jetzt kannst du dich einfach da rein rushen wohin rennst du denn? oh nein der Zombies grau ich auf mich ab ja ich schieß ich muss schießen ok komm weiter geht's wo bist du? äh bist du das? bei mir in vorne? ja ich bin hier bei der Baracke halbrunde ja ich bin hinter dir weißt du was drinnen? das Zelt hat mich gerade ganz schön entschrugt ja ich wollt grad sagen aber warte ich hab nie ich bräuchte echt diese coole Weste ey äh ähm warte immer wir machen es einfach so und wie ich glaube ich jetzt hier stellen wir können uns seltsam aus und dann wenn ich wieder kommen können wir kurz weiter machen vielleicht sind dann mehr Spieler da oder? du meinst also hier sind keine Spieler? wo lockst du dich aus? äh ich hab mich im Wald neben der Military Base in so nem Busch hab ich dich ausgelockt du bist schon ausgelockt ja du willst jetzt direkt auf ja ich komm in 10 Minuten wieder bist du dann Ron? ja wenn alles gut geht ok alles so bis gleich doch nicht rein erster nicht dabei hallo und willkommen zurück zu Daisy Standalone mit Flash D und Ice Cold weiter geht's hier am Airfield ich bin im Gebüsch und sitze hier und warte noch auf Ice Cold nur im Dach weil das Server gerade voll ist mit 40 Leuten aber mein Finger tut mir weh hehehe er versucht gerade auf den Server reinzukommen aber ah jetzt hat's rein ja ok ich bin raus oh tja so I'll be back ok und wo bist du? ich sehe noch grad schwarzbild wait for host please wait ich bin in einem Busch gespawnt hoffentlich werde ich dich gleich erschossen ja muss man sagen welcher Busch? sonst so ein gelber sonst pflüge ich dich gleich weg ich bin direkt hinter der halbrunden Baracke in der Busch an der Mauer das müsste ja hier irgendwo vor mir sein direkt ja da bist du ähm wo rennst du? ja lass mal schauen ob jemand schon zu unserem Zelt gegangen ist ne? ok siehst du mich hier? äh wo? direkt neben dir ach ja ja aber ich hoffe nicht ich denk nicht so her wer läuft hier? hat da jemand geredet? ich hab nix gehört bei mir war so ok hier ist leer bei mir? ja ich hab nix gehört die sagen gelassen sind zwar die Zelte ok ich komm dann fangen wir hier an so hier ist ne AKM ja hier ist nochmal so ein Schulterstück für die ja hier ist nochmal so ein Schulterstück für die vor FL ja hier ist nochmal so ein Schulterstück für die jetzt wo ist das das war ich schon ach so das ist das haben wir schon zu genüge gefunden hier so ein Munitionspack ja oh ein Blade Carrier ja aber ich finde den Blade Carrier nur gut wenn du den so ausgebaut hast ja ja das guck ich jetzt mal ob ich das hinkriege ist ne AK-44 ne große kleine AK-44 jawoll ist das ne Mac? ne ne Rauchgranate jawoll ist das ne ne EU Scope ich geh gegenüber rein hk hkm wieder ich hab ne Rauchgranate gefunden gehen wir die Reihe wieder runter ja jaja cz scorpion hks-74 wo bist du? äh ich lauf hier grad ok ich bin hier drinnen da bin ich alles genau boah Alter hab ich mich aber schon gut hehehehehe ja ich hab gedacht du gehst in die andere rein nein so ich bin hier in der nächsten schon drin ne Smash Backpack wenn ich mal eine Smash West finden würde ja ne Smash Backpack findet man irgendwie voll oft aber die Weste ich geh gegenüber hier rein AK-44 kleine AK AK U AK AK Buckstock 2x AK 74 oh sks-rum ich nehm hier gegenüber die Reihe komplett ne die AKs brauchen doch ähm Eeg warte mal sks-rum ne wir brauchen sks-rum Jo okay schulterstück äh na hast du die ganzen selten schon zusammen? ja ich bin jetzt grad im letzten Ja, dann... Wo bist du? Wo bist du? Bei diesen Medi-Zelten So, da war ich da vorne auch schon Hast du nicht irgendwo zu welchen AK-Mac gefunden? Nee, nur für AK-M Okay, Medi-Zelt bin ich auf Ich bin jetzt wieder bei der halbrunden Baracke Bei der halbrunden Baracke? Ja Kannst du nicht gehen? Ja, wollen wir dann hier stoppen? Wie jetzt? Oder, ja, wollen wir weiterlaufen, weil da kommen ja noch ein paar Baracken Ah, da Ich hab das Holz da genommen Ich weiß nicht, wo er es hingemacht hat Holz? Ich bin noch in der halbrunden Baracke Was hat's denn? Wo hat denn das Holz da jetzt hingemacht? Hä, was für ein Holz? Holz da Das ist wie die Waffe Holz da Ich hab Holz gefunden Ähm Hä, was ist das für ein Holz? Du willst deinen Kollegen holen, oder was? Ja, mir ist es egal Wir können auch noch schnell die Das ganze Apple laufen und dann ihn später holen Deine Apple Capacity ist Ja Would you like to have black? Nein Nein Ich will jetzt zusehen, dass ich die Tasche noch dafür finde Für meinen Blade Carrier Wie machen wir das am besten? Kann ich ihn jetzt wieder zumachen? Kann ich ihn jetzt wieder zumachen? Kann ich ihn jetzt wieder zumachen? Oh ne So Meine AKS ist jetzt weg Was? Ist irgendwo hinweggebackt Ja, als ob alter Aber ich hab sie schon hier, ich seh sie Wohin rennst du? Ja, ich bin wieder bei der Halb Hier ist deine AKS bei mir Ja, genau Die hole ich mir jetzt Oh, was macht denn da die Schaufel jetzt? Ein Spaten Also, sowas wie du Klappspaten Soll ich heute hier alles rausräumen? Mit der Hoffnung, dass hier gleich was freshes, schönes spawnt Ja, dann mach mal Nein, nö Ach, egal jetzt Gute Morgen Was würdest du sagen? Gute Morgen Ja, aber vielleicht ist das dann ein bisschen langweilig für mich zum Schocken Bis ich mir hier meine Sachen zusammensuche Ne? Denk ich auch, weil wir wissen dann Bescheid, ob der Back hier noch funktioniert Ah, wieso ist hier niemand? Das frage ich mich Feind in Sicht Wow Kein Feind in Sicht So, ich versuch's jetzt Ich leg die Schaufel hier ab und guck mal was Neues spawnt Und dann können wir irgendwo hin Wieso ist denn hier nichts lose, Mensch? Oh, ne, hier ist noch so'n blödes Ding Flair Ey, jetzt ist bei mir deine AK hier Die muss hier irgendwo außen liegen Genau da, 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 da Ich geh überseite Okay Okay Ist irgendwas gespawnt hier? Siehst du irgendwas? Hab ich was übersehen? Na, wer ist denn hier los? Haben die das behoben oder was? I don't know Und ich hab alles zu nahe hingelegt, okay Dann würde ich sagen weiter Wollen wir nicht nur da hinten die Dings mitnehmen? Doch, doch, wir gehen jetzt noch übers Ganze erfüllen Sehr schön, alles klar Komm du Schweber Der, der überm Boden schwebt Wo bist du? Wo bist du? Ich hab Bewegungen im Wald gesehen Ich weiß aber nicht, ich weiß aber nicht, ich hab das Spiel aus dem Boden Also bist du im Wald, oder? Nee, ich bin auf der Straße da So ist sie dich, sie dich Vielleicht war das nur Grafikpott Ich dachte, der läuft jetzt Okay, ich bin jetzt am Wald, ne? Doch, die Straße war da Kein Bock auf Wald kommt, Alter Der ist man eigentlich so am Arsch, wenn man vom Wald Also eigentlich hat man da schon gar keine Chance, weil die, wo im Wald sind wissen, wo du bist, aber du weißt das nicht Ja, das stimmt Das ist immer blöd Aber wir müssen die dumm sein Hast du den Zombie-Akku gemacht? Äh Nicht, mir ist kein Zombie-Akku, ey Ja, geht mir auch nicht Ich bin jetzt da beim Prison, wo die zwei Hanges sind Okay Ich seh dich glitschen Du alter Hacker Geht eigentlich noch schwimmen? Das sind so wie beim Boden schwimmen, wie im letzten Tag Stimmt Oh, was war das? Warte, ich muss hier nochmal kurz gucken War nicht so niemand Ich bin grad hinten an der Mauer Ich dachte, ich hätte hier was gesehen Also wenn du hier diese Attachable Puches Puches Die Taschen findest Sag mal bitte Bescheid Doch, ein Mac für mich, Alter Ich hab jetzt ein 1,75er Mac Und 1,3,3,4,5,6 6, äh, Macs, äh, 30er Das ist hier noch 1 Hier ist ein Mac für dich Gäufst du da draußen? Ich komm zu dir, wenn du in der Großen bist Ja Auch nicht die SVD-Magazine noch, Alter Eigentlich hier nicht, ne? Nee, eigentlich würd ich nicht Ja, ich war halt mal 1 Ich hab auch mal 1 bei mir Aber ich brauch auf jeden Fall eine neue Hose Ich vergesse das die ganze Zeit Oh Mensch 5 Jahre neue Hose So genial, wie du hier über den Boden rutschst Ich weiß halt, das wär voll cool, wenn das bei den Gegnern auch so wär, also Ist das überhaupt so bei den Gegnern? Ich weiß nicht Kommt drauf an Weil dann, äh, ist es ja vollständig zu treffen, einfach um 10 um die Umlauf weiter Ich, ich, hier ist ne Hose, will ich, die ist born Gleich im ersten Raum Kamouflage Schick Taschen, ich brauch Taschen Taschen, ich brauch Taschen Attachable Pooches Ey, wieso ist denn hier auf dem Airfield verdammt nochmal nichts los? I don't know Bist du wieder raus, ne? Ich kenne das auch, sieht wie du um die Ecke Rutsch Ich denk die Gegner erst so ein bisschen Achtung, Zombie Oh, ne ist der nicht ergriffen Ja, er ist nicht ergriffen Ich bin hinter der Wand Und eigentlich im ATC noch, das Alter? Also bisher hab ich noch nie was da gesehen Ja, ah Weiß noch Äh, ich geh zu diesen zwei Baracken hinter der Feuerwehr Da bin ich auch hin Ich komme auch AK 74 Air Munition Noch ein Schalldämpfer Wissen Sie Ich bin in der anderen drinnen Habt ihr zugemacht Schalldämpfer? Ja, für AK Perfekt, krieg ich doch da drauf Ich kann ihn nicht aufnehmen Mal schauen Dann komm ich mal rüber Sagt hier noch was? Nichts Besonderes AK 74, ich komme Ja, die AK 74, ein Scope, Schulterstück Suppressor East Ja, wo hab ich drauf gekommen, super Echt? Was? Finde ich gut Ja, dann lass uns Ich weiß wohl nur noch die coolen Taschen Für meine Weste, also wenn ich gut ausstattet, dann kann ich sterben Die Weste, wo du gerade hast, ist die beste Weste, wenn es jetzt diese, also die voll ausgebaut ist, weil wir da auch so eine Pistole noch mit reintun Genau Das ist echt los Ihr ist eigentlich nur mit Pistolen oder gibt's da auch so solche kleinen Handfeuerwaffen, also wie zum Beispiel MP5-Würfel Ne, 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 es gibt's nur mit ein Handwaffen, also Pistolen und sowas Alles was du ins Holz da reinkriegst Ist denn hier nichts los, Mensch? Ich hab keine Ahnung, Flush Da hinten läuft einer, da hinten ist einer, da hinten ist einer Da hinten ist einer Wo? Komm, bleib stehen, bleib stehen, zurück, rechts, rechts auf den Airfield Hier, direkt auf den Airfield Wo? Da hinten rennt er, da hinten rennt er, hier, ich sehe ihn Haha Wo bist du? Hier, hinter Ah, Junge, ja, ja Ich geh nicht, wo? Wo? Ah, ja, hier war der, chill, 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 chill Rein Richtung Firehouse Station, oder? Ja, ich denk mal Wo bist du hin? Okay, da hin Er hat keine Waffe in der Hand Oh, ne Doch, mit dem Kopf aus Er hat auf jeden Fall ein Backpack Muss man den holen? Warte, ich, ich lauf gerade, äh, Richtung hinter die Feuerwehr Ist er da hin zur Feuerwehr? Ja, ja, ich, der läuft da hin in die Richtung, ich lauf da auch hin, komme zu mir bitte Ich beobachte ihn Der läuft zum ATC, oder wie ist das Gebäude? Ich komme jetzt auch von hinten Ich renne jetzt hinter den Hangern Ich seh ihn jetzt gerade nicht, bin jetzt hinter den Hangern wieder Ist er im ATC drin, weil dann kann ich mal Ne, ich seh nichts Ist er in den ATC reingelaufen, oder? Ich hab nichts gesehen, ich bin jetzt hinter dir her gewesen gerade Ja, er rennt gerade an die Wand von uns ATC Und er rennt jetzt unten rein Ach ja, da liegen doch viele Sachen immer Er rennt unten rein, er ist unten drinnen Er ist reingerannt Ich bin in der Tanne davor Vor was? Vom ATC? Ja, ne, 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 äh, bei hinter der Feuerwehr Ich weiß, welches ATC meinte, diesen Tower, ne? Ja, ja, der ist jetzt da oben Soll ich mal meine SGS rausholen Bist du im Turm? Bist du im Turm? Ne Da ist ein... Zombie an, Zombie, sorry Banne gebrochen Er ist oben in ATC, ich hab auf ihn geschossen Ich glaub ich hab ihn sogar getroffen Da müsste gleich ein Zombie kommen Der Helmer, die Banne gebrochen nur Im Tower drinnen Der Helmer ist im Tower Äh, Feuerwehr Feuerwehr, Feuerwehrturm Da war er bewegen Das ist aber ein Zombie, glaub ich Gewesen Ich hab den, glaub ich, getroffen Ich glaub die Beine sind von ihm gebrochen oder so Schau mal nochmal auf den drauf Wer? Auf den Typen da, beim ATC Wie soll ich denn da drauf schauen? Ja, falls er rausrennt So, ja, ich gucke Er steht wieder Er hat sich kurz hingestellt Im ATC Tower oben Also Er ist immer noch da oben Wo du ihn abgeschossen hast Er hat sich jetzt kurz mal gestanden Siehst du ihn? Ne, aber ich versuch grad roll sein Er ist jetzt weg Ich bin oben im Tower Welchen? Äh, also halt Feuerwehr Feuerwehr, das ist ein Zombie Ja, und ich bin im untersten Abteil Ein bisschen Was machen wir? Rein stürmen? Er hat glaub ich ne Waffe in der SKS oder so Er steht wieder, er steht wieder Ich bin Ich bin Er steht, er steht, er hat sich Ne, jetzt sägt er wieder Er ist immer noch da Oberfeuerwehr Ja, ich bin nicht Auf der Feuerwehr Er ist wieder oben Steht er? Ich seh seinen Kopf eigentlich Ja, dann versuch ihn Ich nehm die SKS in die Hand Muss meinem AK Ja, er zielt auf mich Ähm nicht, glaub ich Also ich seh nichts mehr von ihm Aber ich weiß nicht ob ich getroffen hab, ehrlich gesagt Was? Nee Er hat gerade nur auf mich gezählt kurzzeitig Kann nicht sein, dass ich jetzt Zombies gleich abkriege Er hat auf jeden Fall ne Waffe Ja, auch nee Da ist das schon Bist du im Turm? Ja Nee nee, ich bin unten bei der Feuerwehr Er hat auf jeden Fall SKS oder so Und der Der Geht manchmal hoch und zielt auf mich, glaub ich Wo bist denn du gerade? Ich bin hinter dieser Hinterm Hangar Wo die zwei großen Baracken sind Also hinter der Feuerwehr sozusagen Ja Ja Okay, er ist wieder aufgestanden Naja, er zielt aber auch nicht Oh, jetzt kommt wieder Zombie hier Ah Für den zwei großen Tankpack Er hat auf jeden Fall SKS oder irgendwas Ich muss hier gerade erstmal ein bisschen weglaufen wegen dem Zombie Ich will nicht unnötig schießen, also kommen noch mehr Zombies Weißt du? Soll ich den Kerl ablenken? Ich lauf einfach mal vor den Hangar und dann sieht er die Zombies und dann denkt er, ich bin du, oder? Und kommt vielleicht Siehst Gott auf ihn Wow, auf mich wurde Gott geschossen Hast du Gott geschossen? Nee, 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 nee Ja, auf mich wurde Gott geschossen Okay, von wo? Ich weiß es nicht Ich hab nur einen Schlag gehört Ich weiß nicht, ob das der war Ich bin jetzt gerade ganz unten bei der großen Baracke Ich musste abhauen wegen dem Zombie Komm mal in die Feuerwehr rein, bitte Warte ich Ich nehm jetzt hier die große Baracke erstmal mit 10er Clip SKS Ich weiß nicht, ob der Typ das war AK-74 Ich bin nichts besonderes Ey, du lootest ernsthaft, alter Mal gucken, was hier so los ist ja, als muss hier irgendwie an den Zombie vorbeikommen Ganz schön Umweg machen, junge, junge, junge Also ich kam in deine Richtung, es dauert einen Moment Zombie Ich hab jetzt alle Türen bei mir zugemacht, ich sag, wenn du reinkommst, okay? Du sagst so direkt in die Fire Station komm Siehst du den Kerl überhaupt? Ja, ja, der ist auf dem Tower, aber irgendwas hat auf mich geschossen Ich weiß nicht, ob der Typ das war oder ob das irgendein andere Typ war Werden wir ja gleich sehen, also Werden wir ja gleich sehen, also Ich komme jetzt so langsam Eine Minute noch Kann der Kerl mich sehen, warte mal Ja, der Kerl sieht mich dann Ja, der Kerl sieht mich dann Was los? Der Kerl sieht mich Wo ich gerade lang bin Wow Alles klar, ich hab Fuck man, ich bin gepackt und bin Treppe runtergefallen Was ist los? Schuhe kaputt Nee, Schuhe, Schuhe weiß ich gar nicht Ich komm jetzt rein Ich bin drin Hast du Saline back oder so? Nee, leider gar nichts mehr Echt jetzt? Alles verbraucht Ich bin drinne bei dir Ja, ich muss morden Die Mord für irgendjemand Ja, ja, mein, heil Fuck, Alter, ich bin vollgrau, Mann Echt? Ja Wir haben einen ganz schön schlechten Platz, du Äh, fuck, deine Schuhe sind aus, kaputt Wir haben einen ganz schön schlechten Platz, wir sehen ja gar nichts Hä, wir sehen ja gar nichts Ich bin nochmal hinten raus aus der Tür Ich bin nochmal hinten raus aus der Tür Der soll auf jeden Fall noch ein Tauer, ich weiß ich Ich bin hinten wieder raus, und ums Ecke Ich geh auch hinten raus Okay, wo läufst du? Ich bin hinter dir Ach, Alter, ich wollt grad sagen, ich bin hinter dir Wo läufst du? Treffenkampf Ja, von oben den Tower Von Feuerwehr Ja, toll, bis ich da oben bin, Alter, dann hat er mich schon längst gespottet Oh, der Mann geht rein Ich bin wieder in der Fire Station Ich bin wieder in der Fire Station Wenn das ein Köpfchen ist, was ich da raus schauen sehe Ich ist aber auch nicht alleine Ja Ja, irgendwas hat auf jeden Fall nicht auf mich geschossen und ich glaube nicht, dass der das war Was nicht? Weil er grad geducht war War aber ein einzelner Schuss Also er hockte und visiert hier rüber an, so wie es aussieht Okay, er versucht jetzt die Treppe, glaube ich, zu nehmen Echt? Aber er hat, glaube ich, gebrochene Beine, deswegen schafft das nicht Ja, ja, ich habe ihm jetzt die Beine gebrochen Das heißt, er hängt da hast du eine Flechbang Äh, ja Wer schießt da? Da schießt jemand auf mich Ich habe nicht geschossen Von wo? Dann kam Schuss auf mich, Scharfschütze Von ganz weiten Ähm, von links Von dem Berg, wo der Helicrash war Genau, genau, genau Du hast das Ja, der ist da oben Ich hab grad seinen Kopf gesehen Wo? Rät auf dem Berg, meine ich Nee, nee, auf dem... Bei... beim Tower da Wo bist du? Äh... in diesem Gelände wo... Du, dass Sachen sind Weil es so kaputte Sachen sind étaitst du bei einer Leiter Ja, 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 ja Ja, 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 ich bin da, ich bin das Ja der Schuss kann ich nämlich auch machen Aber nicht das Gute Scharfschützen Ja er hat der typ gesehen dass du gelauf mal hinter die feuerwehr auf eine die feuer er ist tot habe ihn getötet ist ja super endlich noch mal reinstehen wir wollen uns erst mal den anderen holen rein stürmen ja lass uns sein durch voraus du wartest versetzt mich hin warte mal kurz warte warte ich geh jetzt ok los 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 ist er tot ist er das erzählt auf mich er ist tot er ist tot er hört so komisch aus bist du schon drin ja unten drin ich guck gerade darüber auf den berg sehe ich absolut nichts so ich bin unten drin ich komme zu dir lieber bisschen aufpassen ich komme zu dir rein mach die Tür zu ich geh hoch aber pass auf stell dich am besten nicht so hin ist er tot? ja er liegt da tot geh 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 ja der scharfschütze ich hab Angst vor ihm ja dann leg dich sofort hin und geh weg ja da wollen wir sind ja oder ja wo es muss sein auch Moni der Grunde in der Auffassung muss und habe ich nun lief wir brauchst du mir nicht schön geholt in dem blauen Sampern dann müssen wir dass wir das sind okay blau ja blau von dem oi meine kleine ist wach oi oi dann muss ich hier mal einen kleinen Cut machen also ich geh mal runter so und so haben wir hier hier hier